Musik Ja, das war etwas Ungepolleg von Jordan Nackstedt. Und da gibt es noch einen schönen Boxkampf und da gibt es noch einen Boxkampf. Ja, dieses Nachstechen war auf keinesfalls gut. So, und die sehen es. Und hier entlädt sich doch nun einiges auf dem Eis. Zum einen Nackstedt gegen Duda und Albauer gegen Herm. Und hier haben die beiden Paare, die sich hier in der Rolle hatten. Ja, und da hat er ihn hingelegt. Und die Fans, Sie werden es hören, Sie begleiten diese Aktion mit Beifall. Ja, und da hat er ihn. Untertitelung des ZDF, 2020